Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch von Recur, ein Chihuahua, denn dieser Hersteller macht auch Haustiere. Eigentlich gehört es in den Bereich Bauernhoftiere, aber ein Chihuahua auf dem Bauernhof soll es geben, aber für mich eher ein Haustier. Und das in einer richtig beeindruckenden Größe. Also ich habe schon viele Chihuahuas von vielen Herstellern gesehen, aber so groß definitiv noch nicht so. Den schauen wir uns hier heute an, kommt hier wieder in eine Tüte und hat hier auch eine kleine Transportsicherung bekommen, sprich ein Blister, damit es die Beine nicht verzieht und ihr seht schon an meinen Fingern, der ist richtig, richtig groß. Und wenn ich davon ausgehe, dass es unter Umständen Teacup Chihuahua ist, dann hat er fast die halbe Größe vom Original, wenn er mich fragt. Ist ja echt der Hammer. Ja, wieder ein Anhänger mit dran, den schauen wir uns gleich an. Als erstes mache ich mal den kleinen Blister hier weg und natürlich den Anhänger. Und da werfen wir auch gleich einen Blick drauf. Recur, know the world better by having it. Wenn ihr also schon immer einen kleinen Chihuahua haben wollt, hier könnt ihr ihn kriegen. Schaut es euch an. Hier die Nummer RC16085F, hat eine Länge von 13 cm, eine Höhe von 11, somit ein Maßstab von 1 zu 2. Ich sage ja, halb so groß wie das Original. Dann gibt es hier auch noch ein bisschen was zum Lesen. Der Chihuahua, wie man richtig ausspricht. Anscheinend gibt es die Rasse seit 1898. Wurde in Mexiko gezüchtet. Ja, hier seht ihr die Figurengröße 13 x 15,5 x 11 cm. Die reale Größe 15 x 25 cm. Ich sage ja, wir haben hier in etwa die Hälfte und wiegt zwischen 1,8 bis 2,7 Kilogramm. Typisch die großen Augen, die großen Ohren. Hier auch noch eine kleine Frage zu ihm mit einer Antwort hier unten. Wenn ihr das alles aufmerksam durchlest, dann könnt ihr das auch beantworten. Also finde ich immer nett, was Recur hier den Figuren beipackt. So, jetzt kenne ich mich nicht wirklich mit Chihuahuas aus, aber der hier, glaube ich, ist schon recht gut genährt. Ja, auch das hier ist ein ganz weiches PVC, ein Soft-PVC. Ihr seht, man kann hier alles verbiegen, aber es geht auch alles wieder in die Ausgangsform zurück. Ist gefüllt, ist ganz weich, fühlt sich klasse an. Ja, eine typische aufrecht stehende Pose. Ja, hier bereit, sich und die Welt zu verteidigen. Chihuahuas sind manchmal ganz weit vorne, wenn es ums Bellen, ums Knurren, wenn es um Revierstreitigkeiten geht. Je kleiner, umso doller. Aber ich finde es der Hammer, dass sie den hier so groß gemacht haben. Kurzer Blick auf die Bestempelung. Hier seht ihr schon Chihuahua Recur designed by Ankle von 2015. So lange gibt es denn schon. Hier seht ihr auch die kleinen Pfötchen, die sie nicht vergessen haben. Klasse. Die Falten zu sehen. Sie haben ihn weiß gemacht mit so ein bisschen Ginger-Farben. Ja, wir haben hier so ein orangefarbenes, ganz helles Braun, was sie ihm hier drauf gesprüht haben. Die Augen riesengroß glänzen hier schön. Das Schnäuzchen. Noch ein paar Vertiefungen links und rechts für die Herrchen. Das Maul haben sie hier nachgemalt. Ja, die großen Ohren, das runde Köpfchen. Hier auch noch eine kleine Blässe auf der Stirn. Ich weiß nicht, ob man es bei Hunden auch so nennt. Auf jeden Fall so ein kleiner Streifen in Y-Form. Und dann hier nochmal ganz bunt die Flecken drauf gesprüht. Auch hier am Schwänzchen. Das Schwänzchen übrigens ganz weich. Könnt ihr verbiegen. Geht aber immer wieder in die ursprüngliche Form zurück. Was man hier auch schön erkennen kann, ist die Haarstruktur. Hat ja eher ein ganz kurzes Fell. Man sieht hier trotzdem schön ein bisschen die Muskulatur der Beine. Die Krallen haben sie ja auch ein bisschen bemalt, wie ihr sehen könnt. Nur ein ganz kleines bisschen, damit es einfach etwas deutlicher wird. Hier drüben sieht man das auch. Die Falten kann man hier schön sehen. Auch am Hals, am Nacken. Hier wurde das Ganze übrigens zusammengeschweißt. Denn wie schon gesagt, das Ganze ist gefüllt. Die Proportion finde ich eigentlich absolut okay. Die Beine sind hier relativ kurz. Und ich sage ja, fast schon ein bisschen zu mobbelig. Meiner Meinung nach. Aber wie schon gesagt, ich kenne mich hier nicht wirklich gut aus. Ja, Hundeliebhaber. Seid man da nicht böse, wenn ich irgendwie was Falsches sage. Aber wie schon gesagt, die Ohren schön groß. Von Hund zu Hund auch anders. Manche haben noch größere Ohren. Man sieht hier auch ein bisschen die Details innen drin. Die Härchen haben sie auch hier nicht vernachlässigt. Also alles dran, was dran sein muss. Auch die Augenlider hier schön zu sehen. Sie haben noch ein bisschen weiß um die Pupille stehen lassen. Das Ganze wurde auch etwas schwarz umrandet. Ich finde, das haben sie schon echt gut getroffen. Das Schnäuzchen relativ kurz gehalten. Und ihr seht halt die Haare hier schön über den Körper verteilt. Hier auch noch ein paar kleine, dezente, aber feine Falten. Könnt jetzt auch nicht sagen, ob der Hals optimal ist oder ein bisschen zu dick. Aber man sieht sie ja gefühlt in allen Formen. Dann hier auch vorne noch die Brust etwas skulpturiert. Hier wie schon gesagt, der Kopf inklusive Hals wurde hier mehr oder weniger dran montiert, da die Figur gefüllt wurde. Auch hier unten die Haare zu sehen an den Beinen. Hier auch ein bisschen eine Struktur, die Muskelanordnung etc. Das kann man hier schön sehen. Die Hinterbeine, Schenkelchen natürlich kräftiger als vorne, ganz klar. Und das kleine Schwänzchen steht hier auch munter in die Höhe. Finde ich witzig, wie sie es hier bemalt haben. Einfach diese orangebraunen, ganz hellen Punkte. Das passt gut zu dieser Skulptur. Also auf jeden Fall ein nettes Modell. Wenn euch das gefällt, wenn ihr Liebhaber von Chihuahuas seid, auf jeden Fall ein nettes Geschenk, ein nettes Mitbringsel, was man sich gerne auf den Schreibtisch stellt. Definitiv. Er steht auch sehr gut. Und ich werde hier auch noch gleich ein 360 Grad drehen lassen, ist ja klar. Dann messe ich hier nochmal die Größe nach. Am Ohr gemessen komme ich hier auf 11,5 cm und auf eine Länge von der Schnauze bis zum Schwänzchen von knapp 12,5 cm. Da aus Gummi, aus PVC kann sich das hier immer ein bisschen verziehen. Aber ihr habt hier mal so in etwa eine Größenangabe. Ich finde nett, egal von welchem Winkel her euch ihr dieses Modell anschaut. Es ist schon wirklich nett geworden. Steht gut. Die Bemalung geht absolut okay, wenn ihr mich fragt. Netter kleiner Chihuahua. Für mich ein bisschen zu mobsig, zu mollig. Aber wie schon gesagt, nur meine Meinung. Ich kann da echt nicht viel dazu sagen. Auf jeden Fall ein schönes Modell in einer schönen Größe. Habe ich so von anderen Herstellern in der Art noch nicht gesehen. Vor allem wunderbare Details, muss man hier auch ganz klar sagen. Also coole Figur. Toll gemacht. Der Chihuahua von Reeker mit der Nummer RC-16085F in einem Maßstab von 1 zu 2. Gut, dann werde ich den jetzt hier noch in 360 Grad drehen lassen. Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Ja, ich bedanke mich bei euch für euer Interesse. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Tschüsschen. Euer Rupi. Junge. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020